Moin moin! An dieser Stelle hätte eigentlich das Tausender-Abo-Special sein sollen, aber was soll man machen? Vielleicht könnt ihr es dem Titel schon entnehmen. Ich werde auf unbestimmte Zeit mit dem Elpen aufhören. Ja, es ist traurig, ich finde es auch sehr schade, aber es ist wichtiger, dass man sein Privatleben gebacken bekommt, dass man die wichtigen Sachen im Leben hinbekommt. Und ja, darauf werde ich mich jetzt fokussieren. Ich habe momentan viel privaten Stress, Schule, alles, und deshalb habe ich auch kein Interesse mehr, jetzt wirklich momentan großartig Videos aufzunehmen. Ich habe keine Zeit mehr, ich habe keine Lust mehr aufs Spielen großartig, weil es ist einfach alles momentan zu viel um die Ohren und deswegen werde ich damit aufhören. Vorerst. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal wieder LPs machen werde. Weiß ich nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei all den Leuten, die mir die ganze Zeit zugeschaut haben, die mich unterstützt haben. Ja, das ist wirklich klasse, also ich freue mich. Ja, gut, hätten wir das erledigt. Dann verabschiede ich mich von euch, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.